Es war einmal ein Steirer, der wünschte sich nichts sehnlicher, als eine Hühnerfarm zu besitzen. Also begab er sich zu einem Händler, welcher Küken verkaufte, und er warb 50 von diesen. Nach einer Woche kam er wieder und kaufte noch einmal 50 Küken. Eine Woche später war er wieder da, diesmal kaufte er 100 Küken. Der Händler wunderte sich und fragte ihn, ob seine Hühnerfarm nicht so richtig laufe und was mit den anderen Küken passiert sei. Der Steirer antwortete, er wisse nicht, woran der Misserfolg seiner Hühnerfarm liege, aber er habe zwei Erklärungen. Entweder er pflanze die Küken zu tief oder zu dicht nebeneinander.